Servus, ich bin der Reinhardt und ich darf diesen tollen C-Rekord Baujahr 1968 verkaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in sehr gute Hände kommt. Ich habe leider zu wenig Zeit und schon das eine oder andere Auto zu viel. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Heim findet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, es ist berechtigt, wenn man sagt, dass das Fahrzeug in einem guten Zustand ist. Es wurde ja fachmännisch restauriert in Weidhofen im Ipstal, damals in einem Opel-Autohaus. Es wird, seitdem ich es habe, von meinem Vater, einem Mechanikermeister und gerichtlich beheiratenden Sachverständigen gewartet. Er hat es gut bei uns gehabt, aber wie gesagt, ich habe leider zu wenig Zeit und es ist viel zu schade für diese Schönheit, dass sie herumsteht. Darum freue ich mich über deinen Anruf 0664 60 507, 507 und die 90. Mein Name ist Reinhard Lennbacher. Das Auto steht in Ebersdorf-Kern-Pöchern. Das ist im südlichen Waldviertel, nur fünf Kilometer von der Autobahnabfahrt in Pöchern entfernt. Also jederzeit anschauen kommen. Entweder mein Dad oder ich sollten daheim sein. Telefonisches Aviso wäre natürlich hilfreich. Danke.